Guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte Sie erneut zu einer Predigt begrüßen, die von der Kirche des ewigen Gottes herausgebracht wird, die auch unsere wöchentlichen Kurzkommentare in der Reihe auf Posten stehen produziert. Ich habe in den letzten beiden Predigten über den wöchentlichen Sabbat gesprochen, von Freitagabend zu Sonnenuntergang bis Samstagabend und diese Zeitspanne muss, wie wir gesehen haben, nach wie vor heilig gehalten werden. Aber wie steht es nun mit jährlichen Feiertagen? Wussten Sie, dass die Bibel auch von jährlichen Feiertagen spricht, die von Gott eingesetzt worden sind, um für alle Zeit heilig gehalten zu werden? Die meisten Christen wissen von diesen jährlichen Feiertagen so gut wie nichts. Ich habe vor vielen Jahren einmal eine Lehrerin vertreten, die ihren Boss gefragt hatte, an diesen Tagen frei zu bekommen. Und ihr Boss, der damalige Regierungspräsident des spezifischen Landes, hatte noch nie etwas von diesen Tagen gehört. Und als ich ihm dann sagte, dass sie in der Bibel aufgezählt werden, da war er ganz überrascht und erstaunt und hat gesagt, wie, die gibt es tatsächlich in der Bibel? Und so ist es mit den meisten Christen heute, die haben noch nie etwas von diesen heiligen Jahresfesten gehört. Und so möchte ich heute einmal auf diese Jahresfeste näher eingehen, sie ihn ein wenig beschreiben und ihnen auch zeigen, dass die Bibel durchaus sie auffordert, diese Tage zu halten. Nun gibt es sowohl im Alten als auch im Neuen Testament mehrere Stellen, die diese Tage aufführen. Und ganz spezifisch im dritten Buch Mose, im 23. Kapitel, werden alle diese Tage aufgeführt und dargestellt. Und sie werden als die Feste des Herrn bezeichnet. Also nicht Feste, die von Menschen erschaffen worden sind, sondern die Feste Gottes, die nach wie vor zu halten sind. Ich spreche also lediglich von diesen Festen heute. Ich spreche nicht von nationalen Feiertagen, die nachher zum Beispiel im Judentum entstanden sind. Das waren nationale Feiertage und es ist nicht verkehrt für Juden, die heute noch zu halten, aber darum geht es nicht. Das sind eben Tage, die aufgrund von historischen Begebenheiten sich entwickelt haben, wie ja auch in Deutschland wir zum Beispiel den Tag der Deutschen Einheit haben oder den Tag des Widerstandes gegen das Hitler-Regime. Aber das sind natürlich keine religiösen Feiertage, sondern lediglich nationale. Mir geht es heute um die Besprechung von religiösen Feiertagen, die von Gott eingesetzt wurden. Schauen wir uns nun einmal zusammen im dritten Buch Mose, im 23. Kapitel, diese Feiertage an. Es wird hier in Vers 1 wie folgt geschrieben. Und der Herr redete mit Mose und sprach. Vers 2 sage den Israeliten und sprich zu ihnen. Und wir haben ja bereits gesehen, dass wir als Christen heute geistliche Israeliten sind. Und es heißt dann hier, dies sind die Feste des Herrn. Also nicht die Feste Israels, nicht die Feste der Juden, sondern die Feste Gottes, die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Auch hier wird wieder deutlich gemacht, dass man sich an diesen Festen versammeln soll. Dies sind meine Feste. Und dann heißt es in Vers 3, sechs Tage sollst du arbeiten. Der siebente Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Also hier wird bereits der wöchentliche Sabbat angesprochen, als ein Fest des Herrn. Und dann geht Gott von dem wöchentlichen Sabbat auf die jährlichen Festtage über. Und er schreibt in Vers 4, dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Also auch hier kein Unterschied zwischen dem wöchentlichen Sabbat und den heiligen Festen. Auch das sind heilige Versammlungen, an denen man sich eben versammeln soll. Vers 5. Am 14. Tag des ersten Monats gegen Abend ist des Herrn Passa. Vers 6. Und am 15. des selben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr sieben Tage ungesäuertes Brot essen. Vers 7. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Vers 8, der zweite Teil. Und am siebenten Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Arbeit tun. So haben wir jetzt bereits schon von dem Passa-Abend gehört und von den Tagen der ungesäuerten Brote. Und sowohl der erste als auch der letzte Tag dieser sieben Tage ist ein heiliger Tag, an dem Versammlungen zu besuchen sind, an dem keine Arbeit getan werden soll. Jetzt gehen wir auf den nächsten heiligen Tag ein. Und zwar lesen wir über den Pfingsttag. Pfingsten ist ja ein griechischer Ausdruck, der heißt 50, wörtlich übersetzt. Und es wird hier jetzt berichtet in Vers 15 im gleichen Kapitel, dass man an dem Tag nach dem Sabbat, während der Tage der ungesäuerten Brote, mit anderen Worten, an dem Sonntag beginnen soll, 50 Tage zu zählen. Und dieser Sonntag muss immer in die Zeitspanne der Tage der ungesäuerten Brote fallen. Und dann zählt man 50 Tage und kommt dann zu dem Pfingstfest. Und so heißt es auch hier im Vers 15, danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat sieben ganze Wochen. Vers 16, bis zu dem Tag nach dem siebenten Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen. Und dann erreicht man eben das Pfingstfest, den Tag des Pfingsten. Und dann heißt es hier in Vers 21, in der sollt an diesem Tage eine heilige Versammlung ausrufen und keine Arbeit sollt ihr tun. Also auch hier, das Pfingstfest ist ein heiliger Tag, ein jährlicher Festtag. Dann Vers 24, sage zu den Israeliten, am ersten Tage des siebenten Monats sollt ihr Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis. Eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Arbeit tun. Hier wird das Posaunenfest angesprochen, das dem Pfingstfest folgt. Dann in Vers 27, und am zehnten Tage in diesem siebenten Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Vers 28, und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 29, denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk, darum sollt ihr keine Arbeit tun. Vers 32, hören Sie, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Mit anderen Worten wird hier der Versöhnungstag, der einzige jährliche Festtag, an dem gefastet werden muss, als ein heiliger Sabbat bezeichnet. Mit anderen Worten, das Wort Sabbat, wie wir noch deutlich sehen werden, bezieht sich nicht nur auf den wöchentlichen Festtag, sondern er bezieht sich auch auf die jährlichen Festtage, woraus sich ergibt, dass wenn man den einen hält, muss man auch die anderen halten, weil alles zusammen gehört. Es heißt hier, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am neunten Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an wieder bis zum Abend. Auch hier zeigt sich wiederum, dass die Tage ja zu Sonnenuntergang anfangen, am Abend, und dann bis zum nächsten Sonnenuntergang gehen. Es ist also hier der Versöhnungstag am zehnten Tag des Monats zu begehen, der beginnt aber dann am neunten Tag am Abend, wann also die Tage beginnen. Und dann in Vers 34, sage zu den Israeliten, am 15. Tage des siebenten Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn sieben Tage lang. Und am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. Und dann heißt es in Vers 36, dass man das Laubhüttenfest sieben Tage lang halten muss, aber nur der erste Tag ist eine heilige Versammlung. Und dann kommt ein weiterer Tag hinzu, der sogenannte achte Tag, der letzte Tag des Festes. Und der soll auch eine heilige Versammlung sein, wie es in Vers 36 beschrieben steht. Am achten Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten. Und dann am Ende des Verses, es ist eine Festversammlung, keine Arbeit sollt ihr tun. Und dann heißt es in Vers 37, das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt. Vers 39. Am 15. Tage des siebenten Monats sollt ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Das Laubhüttenfest. Am ersten Tag ist Ruhetag und am achten Tag ist auch Ruhetag. Dann heißt es in Vers 40, ihr sollt sieben Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich sieben Tage lang. Vers 42, sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Vers 44 und das sind die Feste des Herrn. So haben wir mit einem kurzen Überblick jetzt einmal gesehen, um was es sich bei den sieben Festtagen des Herrn handelt. Und wenn sie den Passerabend, der nicht unbedingt ein heiliger Tag ist, aber doch eine sehr große Bedeutung hat für getaufte Mitglieder der Kirche Gottes mit hinzunehmen, dann haben wir sogar acht. Aber schauen Sie, einige dieser Stellen sind vielleicht schwer für uns zu verstehen, die mir diesen Gebräuchen nicht vertraut sind. Zum Beispiel soll heute noch in Laubhütten gewohnt werden. Nein, Laubhütten war lediglich eine Bezugnahme auf eine zeitweilige Unterbringung, auf einen zeitweiligen Aufenthalt. Und so wird das heute seit vielen, vielen Jahren von der Kirche Gottes so gehalten, dass wir zum Laubhüttenfest uns an einem Festort versammeln, der von der Kirche bestimmt wird und dann in Hotels leben, mit anderen Worten in einem zeitweiligen Aufenthalt. Wenn es sich um die Tage der ungesäuerten Brote dreht, dann ist nach wie vor in der Tat richtig, dass man zu diesem Zeitpunkt sich von Sauerteig entfernen soll. Sieben Tage lang soll man keinen Sauerteig essen, Produkte essen, die mit Sauerteig hergestellt sind. Und auch soll man den Sauerteig aus seinem Haus entfernen. Mit anderen Worten, alle Produkte aus seinem Haus entfernen während dieser Zeit, die Sauerteig enthalten. Warum? Weil die Bibel uns deutlich macht, dass Sauerteig ein Symbol der Sünde sein kann und in diesem Fall eben ist. Darauf werden wir noch näher eingehen. Ich wollte zunächst einmal Ihnen lediglich einen Überblick verschaffen über die sieben heiligen Festtage. Nun sagen einige, ja, aber diese Tage sind heute nicht mehr zu halten. Die waren nämlich alle Teil des alten Bundes, den Gott mit Mose am Berg Sinai geschlossen hat. Und da der alte Bund jetzt abgeschafft ist, sind damit auch die Festtage abgeschafft. Ist dem so? Wir hatten bereits gesehen, dass zum Beispiel der Sabbat, der ja ein Teil der zehn Gebote ist, bereits vor dem Bundesschluss am Sinai bestand. Das gleiche lässt sich zumindest im Hinblick auf einige der Festtage Gottes sagen. Schauen wir uns einmal im zweiten Buch Mose Kapitel 12 an, wie es überhaupt zum Passer und den Tagen der ungesäuerten Brote kam. 2. Mose Kapitel 12 befasst sich natürlich mit einer Zeit, die weit vor dem Bundesschluss am Sinai stattfand. Es handelt von einer Zeit, als Israel noch in Ägypten war und zwar als Sklaven. Und nun hören wir uns einmal an, wie Gott hier das Passerfest eingesetzt hat in 2. Mose Kapitel 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, Vers 1. Jetzt Vers 2. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Und dann spricht er davon, dass man am zehnten Tag des Monats, jeder Haushalt sollte sich ein Lamm zur Seite legen, das dann bis zum 14. Monat aufbewahrt werden sollte. Und dann heißt es in Vers 6. Und er sollt es verwahren bis zum 14. Tage des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu. Und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Und er sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, Vers 10. Wenn aber etwas übrig bleibt, bis zum Morgen sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Vers 11. So aber sollt ihr es essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe in euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinweg eilen. Es ist des Herrn Passa. Hier wird also jetzt deutlich, wie das Passa entstanden ist. Es bezog sich auf das Lamm, das geschlachtet wurde. Dann hat man Blut von diesem Lamm an die Türpfosten gestrichen. Warum? Hier wird es erklärt in Vers 12. Denn ich will in derselben Nacht, an der Passa-Nacht, durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein. An den Häusern, in denen ihr seid, wo ich das Blut sehe, da will ich an euch vorüber gehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Wir sehen also hier, dass das Blut des Lammes die Israeliten vor dem Tod durch den Todesengel bewahrte. Und um gleich auf das neue Testament einzugehen, verstehen wir, dass Jesus Christus als das unser Passalam, das Lamm Gottes, für uns gestorben ist. Insoweit also diesen Brauch des Lammes ersetzt hat, durch die Tatsache, dass man jetzt von seinem symbolisch gesehen Blut und seinem Leib essen und trinken kann. Mit anderen Worten, man nimmt am Passerabend ein bisschen Wein zu sich und ein Stück ungesäuertes Brot, das den Leib und das Blut Jesu Christi verdeutlicht. Das soll aber, wie wir gleich sehen werden, nur von Mitgliedern der Kirche, die getauft worden sind, getan werden. Aber lesen wir hier jetzt erst einmal weiter in Vers 15. Da heißt es nun im Hinblick auf die Tage der ungesäuerten Brote. Wohlgemerkt, alles dies ist bereits lange vor dem Bundesschluss am Sinai geschehen. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Der gesäuertes Brot ist vom ersten Tage an bis zum siebenten, der soll ausgerottet werden aus Israel. Und am ersten Tag soll heilige Versammlung sein. Und am siebenten Tag soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Vers 17. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Wir sehen also deutlich, lesen wir weiter in Vers 18. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des 21. Tages des Monats, sodass man sieben Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot ist, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes, keinerlei gesäuertes Brot sollt ihr essen, sondern nur ungesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Es wird also vielfach hier diese Tatsache betont, dass Gott darauf besteht, dass sein Volk die Tage der ungesäuerten Brote hält und dass man zu dieser Zeit, an diesen sieben Tagen, kein ungesäuertes oder vielmehr kein gesäuertes Brot zu sich nehmen soll. Nun lesen wir weiter in Vers 42. Da heißt es, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen. Darum sollen die Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehrenwachen, sie und ihre nachkommen. Nun, das geschah am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Mit anderen Worten, zur Passanacht, der Nacht, die vorher stattfand, ging der Todesengel durch Ägypten. Aber die Israeliten waren nicht befugt, zu dieser Nacht ihre Häuser zu verlassen. Die durften ihre Häuser nicht verlassen bis zum Morgen. Das war die Passanacht. In der darauffolgenden Nacht sind dann die Israeliten aus Ägypten ausgezogen. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als dieser Tag begann. Und der begann ja gegen Abend. Das heißt in der Bibel, dass die Israeliten bei Nacht auszogen. Und es ist diese Nacht, als die Israeliten auszogen, die wir heute noch nach wie vor gedenken, nicht die ganze Nacht hindurch, sondern wirklich als ein Gedenkabend, an dem wir uns versammeln und an diese Situation denken. Denn sie hat ja auch geistliche Bedeutung für uns. Indem das Christus für uns starb, das Passalam, wurden wir von dem Tod, den wir dadurch für uns erworben haben, dass wir gesündigt haben, befreit. Wenn wir unsere Sünden bereuen, dann werden unsere Sünden vergeben. Aber damit hört es ja nicht auf, sondern Gott muss uns ja jetzt auch weiterhin aus dem Ägyptenland sozusagen, aus der geistlichen Sünde herausholen. Und das tut er dadurch, dass er uns dann auch den Heiligen Geist gibt. Etwas, was wir später noch behandeln werden, wie man den Heiligen Geist bekommen kann. Die Idee, dass man als Baby bereits den Heiligen Geist erhält, wenn man in eine kirchliche Denomination hineingetauft wird, ist Unfug. Ich sage das deutlich, ist Unfug. Denn man kann den Heiligen Geist nur dann erhalten, wenn man zunächst einmal seine Sünden bereut hat. Und ein Baby hat natürlich keinerlei Möglichkeit, Sünden zu bereuen. Ein Baby weiß ja gar nicht, was es überhaupt ist, was man Sünde nennt. Aber jetzt fahren wir dann fort, in Vers 43 zu sagen, und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung für das Passa, kein Ausländer soll davon essen. Und es heißt dann auch weiter, in Vers 48, wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passa erhalten will, der beschneide alles, was männlich ist, als dann trete er herzu, dass er es halte und er sei wie ein Einheimischer des Landes. Aber ein Unbeschnittener darf nicht davon essen. Deswegen sagen wir, meine Damen und Herren, dass nur jemand an dem Passaabend an den Symbolen von Wein und Brot teilnehmen soll, der geistlich beschnitten ist. Es gibt ja heute nicht mehr das Erfordernis der physischen Beschneidung, das ist ja klar im Neuen Testament abgeschafft worden, aber nach wie vor gibt es das Erfordernis der geistlichen Beschneidung, die man dadurch erhält, dass man den Heiligen Geist erhält. Und den Heiligen Geist kann man nur erhalten, wenn man die Erfordernisse, die dafür bestehen, erfüllt hat, unter anderem die Taufe. Und so dass wir dringendst davon abraten, dass jemand am Passaabend an den Symbolen teilnimmt, der noch nicht getauft worden ist. Das bedeutet nicht, dass man jetzt irgendwie im Geiste auch den Passaabend ablehnen kann. Man sollte schon an diesem Abend sich Gedanken darüber machen, was geschehen ist, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen. Aber man dürfte nicht unseres Erachtens an den Symbolen teilnehmen. Ich möchte kurz einmal hier im Neuen Testament auf diese Vorschrift eingehen. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 11 einmal an und schauen wir uns an, was der Apostel Paulus dazu gesagt hat. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, noch nicht getauft sind, dann machen Sie sich darüber keine Sorgen, dass Sie das Passa vielleicht jetzt, das ja demnächst geschehen wird, nicht halten können, weil Sie eben noch nicht getauft sind. Aber überlegen Sie sich, was zu tun ist, damit Sie getauft werden können, um vielleicht dann im nächsten Jahr das Passa halten zu können. Denn schauen Sie sich einmal an, was Paulus hier im 1. Korinther Kapitel 11 angefangen in Vers 23 gesagt hat. Er geht jetzt hier auf das Neu-testamentliche Passa ein. Er sagte, denn ich habe von dem Herrn empfangen, von Jesus Christus, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot. Das war der Passaabend. Dankte und brachs und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen Vers 25 nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Nun, er meinte damit nicht, dass man jetzt jeden Sonntag oder wann auch immer halt davon trinken kann. Das heißt, ja, so oft ihr das daraus trinkt. Es war lediglich der Passaabend. Das Passa wurde nur einmal im Jahr gehalten, sodass also auch diese Symbole natürlich nur einmal im Jahr zu halten sind, nicht wöchentlich oder monatlich. Aber gleichwohl ist es richtig, dass so oft man davon trinkt, dies zum Gedächtnis an den Tod Jesu Christi tut. Und wenn es heißt, so oft ihr davon trinkt, dann ist das durchaus verständlich, wenn jemand schon seit vielen, vielen Jahren, wie zum Beispiel ich, jährlich das Passa gehalten hat. Wir haben sehr oft, ich habe sehr oft dann von dem Kelch getrunken und habe dann auch an den Tod Jesu Christi gedacht. Aber nun hören wir uns an den Vers 26, was weitergeschrieben steht. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir gedenken also an den Tod Jesu Christi, der als Passalam für uns starb. Vers 27. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gewicht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wir sollen uns also prüfen, ob wir in würdiger Weise am Passa teilnehmen können. Und schauen wir uns einmal an, was diese Prüfung unter anderem beinhaltet. 2. Korinther Kapitel 13 und Vers 5. 2. Korinther Kapitel 13 und Vers 5. Da heißt es, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Die Prüfung soll also auch darauf sich beziehen, ob wir im Glauben sind. Nun, wie ist das zu verstehen? Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wird er ja untüchtig. Aber schauen Sie, Jesus Christus kann nur in uns sein, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben. Und den Heiligen Geist erhalten wir nur dadurch, wie ich sagte, wenn wir zunächst einmal Reue gezeigt haben für unser Verhalten, die Glauben haben an den Opfertod Jesu Christi und dass der Opfertod notwendig, aber auch ausreichend war, um unsere Sünden zu vergeben und so dann, dass wir uns taufen lassen. Jemand, der also noch nicht in Christus ist und insoweit sich auch geprüft hat, soll dann gemäß 1. Korinther dann auch nicht an den Passa-Symbolen teilnehmen. Die Warnung ist nicht zu übersehen. Wenn wir nun zurückgehen zu den jährlichen Festtagen, dann finden wir auch, wie wir das bereits im Hinblick auf den wöchentlichen Sabbat gesehen haben, dass der wöchentliche Sabbat ein Zeichen war. Ein Zeichen, das uns identifiziert. Schauen wir uns 2. Mose 31 an. Das ist die Stelle, die wir bereits in der letzten Predigt behandelt haben. Die Stelle, die von dem Sabbatbund spricht. Es heißt 2. Mose 31 und Vers 13. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und dann heißt es in Vers 17, er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Dieses Zeichen identifiziert uns, dass wir Teil des Volkes Gottes sind. Es identifiziert aber auch Gott für uns, der am siebenten Tag ruhte, der uns befohlen hat, den Sabbat zu heiligen und der uns heiligt, wenn wir diesem Gebot Folge leisten. Dieses Zeichen identifiziert uns zu Gott, unter uns selbst, aber auch anderen gegenüber. Denn wenn die zum Beispiel sehen, dass wir den wöchentlichen Sabbat halten anstelle des Sonntags, dann sind wir gleich in gewisser Weise in deren Sinne gebranntmarkt oder zumindest ausgesondert. Es ist interessant, wenn wir uns nun noch einmal 2. Mose Kapitel 13 anschauen, die Stelle, die wir eben gelesen haben, dass aber auch die jährlichen Festtage ein Zeichen sind. Denn in 2. Mose 13 und Kapitel 9 heißt es ja, im Hinblick auf die Tage der ungesäuerten Brote, darum soll es dir wie ein Zeichen sein, auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Schauen Sie, wie dieses Zeichen beschrieben wird. Ein Zeichen auf deiner Hand und auch ein Merkzeichen zwischen deinen Augen. Nur mit unseren Händen arbeiten wir. Mit unseren Händen verschaffen wir uns unseren Lebensunterhalt. Und mit unserem Verstand, das Zeichen zwischen unseren Augen, erkennen wir, dass wir an diesen Tagen, den heiligen Festtagen, sowohl als auch dem wöchentlichen Sabbat, nicht arbeiten sollen. Das ist das Zeichen, von dem Gott spricht. Wir identifizieren uns selbst als das Volk Gottes, wenn wir an diesen Tagen nicht arbeiten. Es ist interessant, dass in der Offenbarung, im 13. Kapitel, von einem Mahlzeichen gesprochen wird, dem berühmten Mahlzeichen des Tieres. Nun, das Tier ist ja eine Bezeichnung eines Führers, würde ich einmal sagen, der noch in der Zukunft auftreten wird. Ein charismatischer Führer, der die gesamte Menschheit verführen wird. Er bezieht sich auch, oder das Tier, die Bezeichnung, das Tier bezieht sich auch auf ein System, aus dem dieser Führer dann hervorgehen wird. Und dann heißt es hier in Offenbarung, Kapitel 13 und Vers 16, die meisten Menschen tun werden. Es heißt, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Deutlich eine Anspielung auf das wahre Zeichen, das Gott den Israeliten gegeben hat. Dass sie also an ihren Händen und an ihrer Stirn dieses richtige göttliche Zeichen haben sollen, das dann besagt, dass sie an diesen Tagen zum Beispiel nicht arbeiten würden. Aber schauen Sie sich jetzt dieses falsche Zeichen, dieses Mahlzeichen des Tieres an, was das bewirkt im nächsten Vers, Vers 17. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das ist eine Parodie, ich möchte ich einmal sagen, auf die wahre Vorschrift Gottes, sich ein richtiges Zeichen zu machen. Dies ist ein Zeichen, was falsch sein wird. Die Menschen werden scheinbar total die göttlichen Vorschriften ablehnen und sich vielmehr selbst eine Begrenzung, eine Beschränkung auferlegen, die ihnen dann sagt, an diesen Tagen kann ich arbeiten oder an diesen Tagen kann ich nicht arbeiten. Aber es handelt sich nicht dann um die wahren Tage Gottes. Wir haben auch gesehen, wie wir gerade gelesen haben im zweiten Buch Mose, dass dieses Zeichen das Volk an das Gesetz Gottes erinnern sollte. An das Gesetz der zehn Gebote. An das Gesetz, das uns besagt, dass wir eben die heiligen Tage auch zu halten haben. Nun einige sagen heute, dass diese jährlichen Festtage nicht mehr zu halten sind, da sie untrennbar mit Opfern verbunden seien. Ich habe die Stellen gar nicht gelesen, aber es ist in der Tat richtig, dass an allen diesen heiligen Tagen auch Opfer gebracht werden mussten. Und die sagen nun ja, die Opfer, die sind ja abgeschafft, das Opfergesetz ist ja abgeschafft, das System ist abgeschafft, von daher sind auch die Tage abgeschafft, die braucht man also dann nicht mehr zu halten. Nun hierauf gibt es zwei Entgegnungen. Zunächst einmal möchte ich kurz eine Stelle mit Ihnen in Jeremia lesen. Wann ist das Opfersystem eingerichtet worden? Die meisten meinen bereits, sagen wir mal, vor dem Auszug Israels aus Ägypten, das einzige Opfer, was da erwähnt wird, ist natürlich das Passalam, aber nicht das System. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 7 an. Jeremia Kapitel 7 und lesen wir einmal Vers 22. Jeremia Kapitel 7 und Vers 22. Hier sagt Gott, ich habe aber euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, also an dem Abend des ersten Tages der ungesäuerten Brote, nichts gesagt, noch geboten, von Brandopfern und Schlachtopfern. Sondern dies habe ich ihnen geboten. Vers 23. Gehorcht meinem Wort, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf das es euch wohl ergehe. So wir sehen hier, dass Gott den Israeliten keineswegs geboten hatte, als er sie aus Ägyptenland führte, das Opfer gebracht werden müssen. Das Opfergesetz entstand erst viel später. Und zwar als eine totale Reaktion, direkte Reaktion auf das goldene Kalb, das die Israeliten bauten, als Mose oben auf dem Berg war. Aber Gott gebot ihnen, wie wir bereits gesehen haben, zu diesem Zeitpunkt, als er sie aus Ägypten herausführte, sowohl das Passa, als auch die Tage der ungesäuerten Brote zu halten. Von daher sind zumindest diese Festtage von den Opfern verschieden. Und die Argumentation, man braucht sie nicht mehr zu halten, weil an ihnen Opfer nachher gebracht wurden, ist natürlich dann nicht stichhaltig. So dann müssen wir feststellen, dass nicht nur an den jährlichen Festtagen geopfert wurde, sondern auch am wöchentlichen Sabbat und sogar an jedem anderen Tag. Also wenn man davon ausgehen wollte, dass man keine dieser Tage mehr halten bräuchte, weil eben Opfer gebracht worden sind, dann könnten sie heute auch zum Beispiel als nominelle Christen den Sonntag nicht halten, denn an dem wurden auch Opfer gebracht. Nun, einige derjenigen, die die jährlichen Festtage als abgeschafft halten, weil sie angeblich mit dem Opfergesetz untrennbar verbunden sind, halten jedoch den wöchentlichen Sabbat. Das ist natürlich dann auch eine Situation, die widersprüchlich ist. Wir haben aber bereits gesehen, meine Damen und Herren, dass sowohl der wöchentliche Sabbat als auch die jährlichen Festtage zusammengehören. Sie wurden ja alle als die Feste des Herrn bezeichneten 2. Mose oder 3. Mose 23. Sie fallen und stehen gemeinsam. Wir hatten bereits auch gesehen, dass einer der jährlichen Festtage, der Versöhnungstag, ausdrücklich als ein Sabbat bezeichnet wurde. Schauen wir uns noch einmal 3. Mose 23 an und schauen wir uns auch an, dass das für andere Festtage, jährliche Festtage galt, nicht nur für den Versöhnungstag. In 3. Mose 23 wird nämlich auch in Vers 39 von dem Laupüttenfest gesprochen, dem ersten und dem letzten Tag. Und schauen wir uns noch einmal die Stelle an, wie sie zunächst in der Lutherbibel übersetzt wurde. Da heißt es hier, am 15. Tag des siebenten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, solltet ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tage ist Ruhetag. Und am achten Tag ist auch Ruhetag. Nun im Hebräischen steht allerdings hier das Wort für Sabbat. Und einige Übersetzungen haben das auch richtig dargebracht und wiedergegeben, sodass die richtige Übersetzung hier heißt, am ersten Tage ist Sabbat. Im Hebräischen heißt hier das Wort Shabbaton, Sabbat. Und am achten Tag ist auch Sabbat. Sodass also hier auch der erste und der letzte Tag des Laupüttenfestes als ein Sabbat bezeichnet wird. Und dann möchte ich jetzt auch auf eine Stelle im Neuen Testament eingehen, wo nämlich der erste Tag der ungesäuerten Brote, richtig verstanden, ein Sabbat genannt wird. Schauen wir uns diese Stelle an in Johannes-Evangelium, Kapitel 19. Johannes, Kapitel 19. Und schauen wir uns einmal Vers 30 und Vers 31 an. Johannes, Kapitel 19 und Vers 30. Es geht hier natürlich um Jesu Tod am Kreuz. Und es heißt hier in Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und merkte das Haupt und verschied. Vers 31. Weil es aber Rüsttag war und die Leichnamen nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über. Denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. Baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Und dann lesen wir weiter, dass die Beine von Christus nicht gebrochen wurden. Denn es war auch eine Prophezeiung, die da besagte, dass seine Beine nicht gebrochen würden. Und er wurde dann so vom Kreuz genommen, ohne dass seine Beine gebrochen wurden. Aber hier wird gesagt, dass an dem Tag, an dem Jesus Christus starb, dies der Rüsttag war, zu einem hohen Sabbat, einem hohen Festtag. Nun, die meisten meinen heute, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt worden sein soll und dass dann er am Sonntagmorgen auferstanden sei. Wenn das der Fall wäre, hätte Christus das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, nämlich, dass er für drei Tage und drei Nächte im Grabe sein würde, nicht erfüllt. Er sagte, ich gebe euch kein anderes Zeichen als das Zeichen des Propheten Jonah. Denn der war nämlich drei Tage und drei Nächte im Magen des Wales des Seeungeheuers. So werde ich oder der Menschensohn drei Tage und drei Nächte, nicht nur ein Teil von drei Tagen und drei Nächten, sondern drei Tage und drei Nächte im Grabe sein. Hat er das Zeichen erfüllt, dass er der Messias war oder nicht? Nun, wenn Sie davon ausgehen, dass er am Freitagnachmittag kurz vor Sonnenuntergang gestorben ist und dann am Sonntagmorgen auferstanden, das ergeben keine drei Tage und drei Nächte. Aber in dieser Woche fiel der erste Tag der ungesäuerten Brote auf einen Donnerstag, der ja Mittwochabend begann, zu Sonnenuntergang. Und da der erste Tag der ungesäuerten Brote ein hoher Festtag war, handelt es sich hier aber natürlich um einen jährlichen Festtag, nicht nur um einen gewöhnlichen Sabbat, einen wöchentlichen Sabbat, sondern um einen jährlichen Festtag, die ja, wie wir gesehen haben, auch als Sabbate bezeichnet werden konnten. So starb Christus in der Tat am Mittwoch zu Beginn oder zu Ende des Mittwochs noch vor dem Beginn des ersten Tages der ungesäuerten Brote eines jährlichen Sabbats und war dann drei Tage und drei Nächte im Grabe und stand dann am Ende des wöchentlichen Sabbats zu Beginn des ersten Tages der Woche des Sonntags auf. Das ergibt sich hier aus dieser Stelle und wenn man das alles miteinander zusammenbringt, ergibt sich auch ganz klar, dass Jesus Christus das einzige Zeichen, dass er der Messias war, erfüllt hat. Wir stellen so dann auch fest, dass die Festtage, die jährlichen Festtage von Jesus Christus und den frühen Aposteln gehalten wurde. Zunächst einmal schauen wir uns an, dass Christus das Passa hielt. In Johannes, im zweiten Kapitel, Johannes Kapitel 2, lesen wir in Vers 13. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es heißt natürlich, dass zu dem damaligen Zeitpunkt praktisch gesehen die Juden es hielten und von daher auch das Passa dann mit den Juden assoziiert wurde, weil nämlich die meisten Menschen es nicht mehr hielten, aber es war nicht nur ein Passa, das nur für den Juden zu halten war. So dann hatten natürlich die Juden auch gewisse Dinge eingefügt in das Passa, wie auch in die anderen Festtage, wie auch in den Sabbat, wie wir das das letzte Mal bereits besprochen haben, was nicht unbedingt biblisch war. Und von daher wird das also auch in dieser Weise hier beschrieben, aber gleichwohl möchte ich festhalten, dass Jesus hinaufzog nach Jerusalem, um das Passafest zu halten. Und es heißt dann auch in Vers 23, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Schauen wir uns auch einmal in Lukas Kapitel 22 an, was hier geschrieben steht. Lukas Kapitel 22 und Vers 1. Das dreht sich hier um das Jahr, in dem Christus dann starb. Kapitel 22 Vers 1. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Mit anderen Worten zu dem damaligen Zeitpunkt wurde dann das Wort Passa auf die gesamte Zeitspanne der sieben Tage ausgedehnt, aber natürlich dann mit dem Passa zusammen. Und dann heißt es hier in Vers 7, es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Wir hatten gesehen, das wurde dann am Abend des 14. geopfert und dann gegessen. So sehen wir also hier, dass Christus und die Jünger das Passa hielten. Und er sagt dann auch später in Vers 15, er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Und dann hat er natürlich dann die neuen Symbole von Brot und Wein eingeführt. Aber Christus zielt auch das Laubhüttenfest. Schauen wir uns einmal die Stelle in Johannes Kapitel 7 an. Johannes Kapitel 7 und in Vers 2. Johannes Kapitel 7 und Vers 2. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Die gleiche Überlegung wiederum, dass die Juden es hielten, aber nicht unbedingt genauso, wie es vorgeschrieben war. Gleichwohl hielten sie es. Vers 8. Und die Brüder kamen zu ihm und sagten, ja warum gehst du nicht jetzt auch hoch und hältst das Laubhüttenfest öffentlich, indem du dich dort verkündigst? Denn es heißt, die Brüder glaubten auch nicht an ihn. Und Vers 8 heißt es dann, was Christus geantwortet hat. Geht ihr hinauf zum Fest? Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Aha, sagen jetzt einige. Hier sehen wir, dass Christus das Fest eben nicht gehalten hat. Das ist keineswegs der Fall. Er hat es zunächst einmal nicht öffentlich gehalten. Er hat es nicht gehalten in dem Sinne, dass er sich als Messias identifizierte. Aber schauen wir an, was er, was in Vers 10 beschrieben ist. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging er auch hinauf. Er wusste, dass das Laubhüttenfest zu halten war. Nicht öffentlich, sondern heimlich. Aber dann in Vers 14, mitten im Fest, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Also am Anfang noch nicht, aber dann zu Ende oder Mitte des Festes begann er dann öffentlich zu lehren. Und in Vers 37 wird jetzt hier Bezug genommen auf den letzten oder achten Tag des Laubhüttenfestes ein separates Fest, das also auch eine heilige Versammlung darstellte. Und da lesen wir in Vers 37, aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, da trat Jesus auf und rief, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. So sehen wir deutlich, dass auch Jesus Christus das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag, den achten Tag gehalten hat. Und wir finden auch, dass die Apostel nach Christi Auferstehung die jährlichen Festtage gehalten haben. Und das ist bedeutsam, denn wenn die Überlegung richtig wäre, dass Jesus Christus durch seinen Tod das Gesetz abgeschafft habe, die zehn Gebote und natürlich damit auch die jährlichen Festtage, warum haben dann die Apostel nach Christi Tod die Festtage weiterhin gehalten. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 5 an und schauen wir uns die Anweisung an, die Paulus an Christen gab, die aus dem Heidentum gekommen sind. Das waren also keine Christen, die aus dem Judentum gekommen sind. Da könnte man ja noch sagen, ja die haben halt dann die Beibehaltung der Feste praktiziert. Das waren Heidenchristen, die aus dem Heidentum kamen, die nie die Festtage gehalten hatten vorher. Und gleichwohl sagt Paulus denen, die müssen weiterhin die jährlichen Festtage halten. 1. Korinther Kapitel 5, angefangen in Vers 6. Er schreibt der Kirche in Korinth, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Vers 7. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Das ist jetzt natürlich geistlich zu verstehen. Den alten Sauerteig des alten Menschen, der soll weggeschafft werden, damit man jetzt geistlich erneuert werden kann. Aber schauen Sie sich an, wie er weiter schreibt. Er schreibt in Vers 7, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Die hatten also vom Praktischen her gesehen den Sauerteig aus ihren Häusern entfernt. Die waren in dem Sinne ungesäuert. Physisch, aber nicht geistlich. Und von daher sagt Paulus, ihr haltet, wie ihr das auch tun sollt, die Tage der ungesäuerten Brote in physischer Hinsicht, aber seht auch zu, dass er sie geistlich haltet. Und so fährt er jetzt fort. Denn auch wir haben ein Passalam. Das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern. Welches Fest ist gemeint? Das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Er geht also davon aus, dass man das Fest der ungesäuerten Brote halten muss, weiterhin. Das gilt auch für Christen, die aus dem Heidentum kamen. Aber natürlich auch in der richtigen geistlichen Weise. Nicht nur als Ritual, sondern eben auch, um die Bedeutung des Festes verstehen zu können. Schauen wir uns nun einmal an, was in Apostelgeschichte 12 geschrieben steht. Die Apostelgeschichte wurde ja von einem Arzt geschrieben, dem Arzt Lukas. Und er schrieb die Apostelgeschichte an einen Griechen. Nicht an einen Juden, an einen Griechen. Jemand, der also ein Christ war, aber aus dem Heidentum gekommen ist. An den sogenannten Theophilus. Und in Apostelgeschichte 12 und Vers 3 schreibt er, dass der König Herodes sah, dass es den Juden gefiel, dass er den Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert getötet hatte. Und da fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Nun, wenn Theophilus, der aus dem Heidentum kam, keine Ahnung gehabt hätte, was es mit den Tagen der ungesäuerten Brote auf sich hielt, dann wäre das sinnlos für Judas oder für Lukas, das so zu beschreiben. Das wäre ja so, wenn mir jemand irgendetwas über China erzählen wollte und schreibt dann ja, das war zu dem Zeitpunkt, dass die Chinesen dieses und dieses Fest hielten und ich habe noch nie etwas von diesem Fest gehört. Der Theophilus wusste genau, worum es ging. Er kannte natürlich die Tage der ungesäuerten Brote und so konnte Lukas also auch insoweit eine Bezugnahme dann anbringen und Theophilus wusste genau, worum es ging. Schauen Sie eine weitere Bezugnahme in Apostelgeschichte 20 und in Vers 6. Apostelgeschichte 20 und in Vers 6, wo es heißt, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage. Auch hier wiederum eine deutliche Bezugnahme auf etwas, das Theophilus verstand. Warum verstand er es? Weil er eben die Tage der ungesäuerten Brote hielt. Das gleiche gilt natürlich auch für Pfingsten. Wir wissen alle, dass der Heilige Geist der Kirche zu Pfingsten gegeben wurde. Aber warum wurde der Heilige Geist überhaupt zu Pfingsten gegeben, wenn Pfingsten nicht mehr ein Fest war, das von der frühen neutestamentlichen Kirche zu halten war? Schauen Sie sich an Apostelgeschichte 2 und Vers 1. Apostelgeschichte 2 und Vers 1. Als aber der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Natürlich, sie versammelten sich an dem Pfingsttag, wie es das Gesetz vorschrieb. Und dann lesen wir auch in Kapitel 20 und Vers 16. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren, denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Nicht nur wollte er nach wie vor das Pfingstfest halten, er wollte es sogar auch in Jerusalem halten, wenn er da noch zeitlich gesehen hinkommen konnte. Aber wenn er das nicht schaffen könnte, hätte er natürlich nach wie vor das Pfingstfest gehalten, weil er auch verstand, dass nirgendwo in der Bibel davon die Rede ist, dass die heiligen Festtage abgeschafft seien. Schauen wir uns einmal eine Bezugnahme in der Apostelgeschichte auf den Versöhnungstag an. In Apostelgeschichte 27 und in Vers 9. Apostelgeschichte 27 und Vers 9. Da heißt es, da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus. Und dann hat er sie gewarnt, dann diese Reise nicht mehr anzutreten. Nun, hier heißt es Fastenzeit. Aber in meiner revidierten Lutherbibel wird da Bezug genommen auf eine Stelle im Alten Testament. Und zwar 3. Mose 16 und Vers 29. Und wenn sie diese Stelle aufschlagen, dann finden sie natürlich, dass es sich hierbei um den Versöhnungstag handelt. Der einzige heilige Festtag, an dem gefastet werden musste. Die Kommentare und auch hier, wie gesagt, der Herausgeber der Lutherbibel verstand, genau richtig, dass es sich hierbei um den Versöhnungstag handelt, der nach wie vor in Kraft war, als dies geschrieben wurde. Schauen wir uns auch eine Stelle im Judasbrief an. Der befindet sich ja direkt vor dem Buch der Offenbarung in der deutschen Lutherbibel. Judas war ja ein Halbbruder von Jesus Christus. Und der schrieb folgendes im ersten Kapitel des Judas-Evangeliums. Der Judasbrief hat ja auch nur ein Kapitel. Und im zwölften Vers über Menschen, die in die Kirche gekommen waren, aber nicht wirklich bekehrt waren. Die waren nur da aus was für Gründen, aus was für Motiven auch immer. Und die haben dann natürlich auch sehr viel Unheil angerichtet in der Kirche. Und so lesen wir in Vers 12, wie Judas sie beschreibt. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Schauen Sie, er bezieht sich hier auf Liebesmale. Andere Übersetzungen haben hier Liebesfeste. Im Griechischen findet sich für dieses Wort das griechische Wort Agape. Und Agape bezeichnet göttliche Liebe. Es gibt drei Ausdrücke in dem Neuen Testament für Liebe. Das ist einmal Eros, so dann Philia und so dann Agape. Nun, Eros ist mehr so die sexuelle Liebe, die getätigt wird. So dann findet man das Wort Philia. Das ist so mehr die Bruderliebe, die man als Menschen gegenüber anderen Menschen haben kann. Aber dann gibt es die dritte Variante, das griechische Wort Agape, das die Gottesliebe bezeichnet. Eine Liebe, die nur von Gott kommen kann und die Gott einem gibt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und es ist interessant, dass hier in diesem Zusammenhang das Wort Agape gebraucht wird für diese Liebesmale oder diese Liebesfeste. Warum? Natürlich ist das eine Anspielung auf die jährlichen Festtage, möglicherweise auch auf den wöchentlichen Sabbat. Aber es bezieht sich eben auch deshalb auf das Wort Agape, weil göttliche Liebe dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass man Gottes Gesetz befolgt, das uns befiehlt, den Sabbat und die wöchentlichen und die jährlichen Tage, die ja auch Sabbate genannt werden, zu halten. So dann zeigt die Bibel uns auch, dass Gott davon ausgeht, dass die Festtage in der Zukunft gehalten werden. Sogar nach der Rückkehr Jesu Christi. Wenn sie also abgeschafft sind, warum werden sie dann in der Zukunft gehalten? Sie werden zum Beispiel im Millennium gehalten, der Zeitspanne von 1000 Jahren, die laut Bibel bestehen wird hier auf Erden, wenn Jesus Christus zurückgekommen ist, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Und nun schauen wir uns in diesem Zusammenhang einmal Ezekiel Kapitel 44 an. Ezekiel Kapitel 44 und lesen wir Vers 24. Ezekiel 44, 24. Und da heißt es, und das ist eine Ordnung für die Priester oder für die Geistlichen im Millennium. Und wenn eine Streitsache vor sie kommt, sollen sie Richter sein und nach meinem Recht das Urteil sprechen und sollen bei allen meinen Festen meine Gebote und Ordnungen halten und meine Sabbate heiligen. Eine eindeutige Beziehung auf Gottes Festtage und den wöchentlichen Sabbat. Auch in Kapitel 45 und Vers 21 lesen wir, am 14. Tage des ersten Monats sollt ihr das Passa halten und sieben Tage feiern und ungesolltes Brot essen. Mit anderen Worten auch hier wiederum eine Vorschrift im Millennium, dass das Passa und die sieben Tage der ungesollten Brote weiterhin zu halten sind. Und dann schauen wir uns eine berühmte Stelle vielleicht an, für einige, die die Bibel ein wenig kennen, im Buch Zacharja. Im Buch Zacharja auch wiederum ein Prophet im Alten Testament, der aber über die Wiederkunft Jesu Christi schreibt. Im 14. Kapitel beschreibt er den Tag des Herrn, wenn der Messias zurückkommen wird, um Frieden auf dieser Erde zu bringen. Und dann schreibt er aber auch, was dann geschehen wird. Angefangen in Vers 16. Nachdem Christus bereits hier auf Erden herrschen wird. Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Also die werden das Laubhüttenfest halten. Warum, wenn es abgeschafft sei? Vers 17. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird, nach Jerusalem, um anzubeten, den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Vers 18. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Vers 19. Und darin besteht die Sünde der Ägypter. Schauen Sie, die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Gott sagt, wenn man das nicht tut, sündigt man. Vers 20. Zu der Zeit werden auf den Schellen der Rosse stehen, heilig dem Herrn, und die Töpfe im Hause des Herrn werden den Becken vor dem Altar gleichgestellt sein. Und er sagt in Vers 17, dass die, die nicht heraufkommen werden, um das Laubhüttenfest zu halten, die werden nicht gesegnet werden und über die wird es nicht zur gewissen und richtigen Zeit regnen. Also auch hier sehen wir deutlich, dass die Festtage auch im Millennium noch zu halten sind. Und es steht nichts in der Bibel geschrieben, dass die Festtage heute nicht mehr zu halten sein von dem Volk Gottes, wie ja auch die Bibel nirgendwo sagt, dass der wöchentliche Sabbat nicht mehr zu halten ist. Ich möchte in den verbleibenden paar Minuten noch kurz auf einige geschichtliche Analen eingehen, die uns zeigen, dass die heiligen Tage, wie auch der Sabbat, wie wir das bereits ja gesehen haben, von Christen über die Jahrhunderte hinweg gehalten wurde. Ich habe hier ein englisches Büchlein von John Keyes, der sich mit der Heilighaltung des Sabbats und der Geschichte des Sonntags beschäftigt. Und er wurde 1900, das wurde 1979 in Oklahoma herausgegeben. Ich möchte nur kurz von Seite 26 hier etwas vorlesen. Ich habe das natürlich aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Die Rede hier ist von armenischen Christen, die im 17. Jahrhundert in Hindustan lebten. Und da heißt es, sie beobachten die acht Festtage unseres Herrn. Und erinnern Sie sich, es gibt also sieben jährliche Festtage, aber wenn Sie das Passat, den Passatabend noch hinzuziehen, haben Sie acht. Sie beobachten die acht Festtage unseres Herrn und den Sabbatag, an welchem wir nicht arbeiten, heißt es hier. Und so, dann hatte ich ja bereits in der letzten Sendung auf Tamar Davis hingewiesen, die ja ein Buch geschrieben hat über die Geschichte der Sabbatarier. Und auf den Seiten 249 und 254 wird von deutschen siebenten Tagsbaptisten im 18. und 19. Jahrhundert gesprochen, die jährliche Versammlungen hatten, die sie Liebesfeste nannten. Und das ist ja bemerkenswert. Wir hatten ja im Judasbrief gelesen, dass diese Liebesfeste ja auch schon bereits zu Anfang des Neuen Testamentes weiterhin gehalten wurden. Mit anderen Worten eine Bezugnahme auf die jährlichen Festtage. Es finden sich auch interessante Aussagen in einem sehr interessanten Buch von Samuele Baciocci. Professor Baciocci ist kürzlich verstorben. Er war ein siebentags Adventist, aber er hat dieses Buch, das sich auf historische Quellen fußt, geschrieben. Und zwar geht es um die geschichtliche Entwicklung des Sabbats hin zum Sonntag. Nun, Mr. Baciocci hatte, als er dieses Buch schrieb, noch nicht an die Heilighaltung der jährlichen Festtage geglaubt. Als siebentags Adventist glaubte er allerdings an die Heilighaltung des wöchentlichen Sabbats. Er hat dieses Buch an der katholischen Pontifex Gregorianischen Universität von Rom geschrieben. Er hat dort Theologie studiert. Und das ist also, wie gesagt, von der Pontifical Gregorian University Press in Rom im Jahre 1977 herausgegeben worden, wenn Sie so wollen, von der katholischen Kirche. Gleichwohl wird hier deutlich gemacht, dass sowohl der Sabbat als auch die heiligen Tage nach wie vor laut Bibel zu halten sind und dass Christen zu allen Zeiten sie auch gehalten haben. Auf Seite 151 dieses Buches wird Mr. Davis zitiert, der folgendes geschrieben hat in seinem Buch Paulus und jüdisches Christentum. Die jüdischen Christen um das Jahr 70 nach Christus beobachteten die Feste des Passa, Pfingsten und das Laupüttenfest. Sie hielten den wöchentlichen Sabbat und die musaischen Anordnungen bezüglich des Fleisches. Auf Seite 199 führt er aus, dass, und ich zitiere, viele Bischöfe in Asien und im Osten im zweiten Jahrhundert zusammen mit den Juden das Passa am 14. Tag des neuen Mondes, also des neuen Monates, hielten. So dann wird in diesem Buch Apollinarius, Bischof von Hierapolis, zitiert, der um 170 nach Christus lebte. Und er schreibt, der 14. Nisan ist der wahre, ist das wahre Passa unseres Herrn. Auch Severian, Bischof von Gabala, wird erwähnt, der im Jahre 400 nach Christus Folgendes sagte, der griff nämlich Christen an, die immer noch das jüdische Passa-Ritual beibehielten. Und dann zitierte er auf Seite 218 John Chrysostom, der um das Jahr 360 aufs stärkste jene Christen verurteilte, die die jüdischen Feste hielten, insbesondere den Sabbat. Und dann finden wir eine weitere interessante Aussage auf Seite 359 seines Buches. Und obwohl, wie gesagt, die Adventisten nicht an die Heilighaltung der jährlichen Festtage glauben, machen sie doch folgendes Eingeständnis. Zitiert wird nämlich aus dem siebenten Tags Adventisten biblischen Kommentar. Und dort heißt es, es ist eine Tatsache, dass sowohl der Sabbat als auch der Versöhnungstag im Hebräischen mit der Bezeichnung Schabbat, Schabbaton, das heißt ein Sabbat heiliger Ruhe, beschrieben werden. Und das hatten wir ja bereits schon gesehen, dass ja der Versöhnungstag im Alten Testament auch als ein Sabbat bezeichnet wurde. Nun, das ist ausgesprochen wichtig. Es gibt nämlich keine Stelle im Neuen Testament, die besagt, dass die heiligen Tage seit der Auferstehung Christi nicht mehr gehalten zu werden brauchen. Und wir sehen auch, dass Christen zu allen Zeiten scheinbar, obwohl natürlich auch die historischen Aufzeichnungen bruchstückhaft sind, sowohl den Sabbat als auch die jährlichen Festtage weiter gehalten haben. Nun, das Neue Testament sagt uns, was wir nicht mehr zu halten brauchen. Es sagt uns eindeutig, die Beschneidung ist zum Beispiel abgeschafft, die Rituale des Alten Testamentes sind abgeschafft, Opfer brauchen heute nicht mehr erbracht zu werden. Aber das Neue Testament sagt uns nirgendwo, dass der Sabbat oder die heiligen Tage nicht mehr zu halten sind. Und wenn wir zum Volk Gottes gehören, dann wollen wir ja nicht, wie die heiligen Festtage zu halten. Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes und werde mich bald wieder mit einer neuen Predigt bei Ihnen melden. Ich bedanke mich für heute. 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 Ich bedanke mich für heute.